Willkommen mit Scharlatanen zu Let's Play Womber 40.000 Darktide mit den Unlocked and Loaded neuen Content-Paket bzw. DLC. Da wurden einmal die Waffen überarbeitet. Man kann die schon einbauen. Es gibt Masterschaftsklassen und ich muss erstmal meine Fähigkeiten. Hier sind die Waffenmeisterschaften. Je mehr Waffen man benutzt, desto besser werden die. Muss ich mir erstmal leveln. Das sind meine Talente. Die sind ja so, wie sie sind. Dann machen wir mal neuen Charakter auf und nehmen wir mal Waffen, die ich normalerweise nicht benutze. Was haben wir hier schon? Was kann ich mehr kaufen? Warte mal, muss mal gucken. Eine Boltpistole habe ich. Was ist denn aus? Boltpistole. Da haben wir schon ein bisschen Erfahrungspunkte. Okay, was mit der kleinen Boltpistole? Da haben wir noch gar keine Erfahrungspunkte. Okay, was haben wir hier? Da haben wir hier ein Messerchen. Wir haben die Axt. Kampfaxt. Hm. Guck mal, was hast du Schönes? Wenn man einen Kampfaxt hat. Das ist eine 280er, okay. Das ist meine 18er, Kampfaxt, Kampfaxt. 260. Okay, jetzt nix wirklich vernünftiges bei. Gut, Boltpistole haben wir. Dann versuchen wir mal, das neue Level zu spielen. Eine Zugfahrt. Gucken wir mal. Bin hier mal gespannt. Wo ist denn der Zug? Stahllaufabwägen nennt sich das. Okay. Stahllaufabwägen in klein. Stahllaufabwägen in drei. Frachtzug. RTX 590 wurde gekapert. Wurmwurt Agentenbericht. Das Verräter eben in Sprechstoff beladen haben. Halt den Zug auf, bevor er die Transistation erreicht. Das ist wie im Intro. Wie im Ursprungsspiel. Na denn. Und dann haben wir hier... Stoßtruppen. Äh... Gibt's noch das mit den einem... Invisiert des 51. Murbens. Ach, das ist auch gut. Aha. Gut. Na, machen wir erstmal die Zugfahrt. Die ist lustig und die ist schön. Und dann gucken wir mal, was wir da noch spielen können. Und dann können wir natürlich noch ein bisschen eine Waffe rumbasteln. Mit meiner Boltpistole. Und hier drüben ist auch was Neues. Ein Kommissar. Oh. Stuff. Kate und Eisen... Eisenhorn? Was? Irgendwie sieht doch... Ach, du Schande. Jetzt geht's los. Das Kommissar Ducaen. Okay. Und der 53. Mobische Regiment ist da auch noch. Naja. Bin ich mal gespannt. Das soll eine kurze, schnelle Karte sein. Dann gucken wir uns das mal an. Das ist Kommissar Ducaen. Wir haben ein Tremsartel Reise im Gäste. Dann sind alle Stationen. Cool Boah, geil! Schön abgesprungen Deine Ballpistole Klack Boah, ist das geil Über Zug fahren hier Halt den Zug auf, um vor es zu spät ist Aber oben läuft die Zeit mit Bomben Okay Okay Du entschärfst? So, ich lasse sie verbrennen Weiter geht's Haha, Bam! Mit der Ballpistole Bam! Dampenwerfer Okay Der Hammer! Was machst du da? Interessant? Interessant? Und die Musik ist auch interessant Und die Ballpistole gefällt mir ja extrem Erstmal neu, ich kann sie spielen Geil! E-Ebel drücken! Ach, der Ding muss ausgerichtet werden, okay Energie! 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 Zwei mal Energie! Okay Dremd b Dremd b Druck, Druck, Monte Musik hier. Druck. Bam. Haha. Bisschen hektisch. Jetzt dreht sich das. Die neue Mucke ist geil. Bisschen hektisch. Wollt denn? Deswegen haben die Kommissare auch Voltpistolen. In der Schatten. Reduktion. Hahaha. Bist meine Hand! Ich habe die Hand auf der nur die Schmerz. Bist du. Wollt du. Bist du. Bist du. Bist du. Wir werden die Schmerzen. Bist du. 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 Ja komm. Hacken. Ja komm. Hey Feuer. Und rennt ihr Ketzer. Halt. Und blocken. ich komm ich komm ich komm das ist die Valkyre sehr schön und der ist der Orator was kam okay ja ja Wir sind im Volt! Wo ist das? haha totgeschlagen da ist er das zug fährt weiter und ihr habt es ein eine wilde hektische mission 10 9 minuten aber nur kurze aber spannend und ihr wollt es so hat mir sehr gefallen schnell zu stop revolver der ist sogar besser und mit der ax haben wir einen punkt gekriegt und mit der bolspistole auch und mit der ax fast zwei punkte richtig erfahrung gesammelt ach ich mag die musik in dem spiel das war lustig gucken wir mal wir haben die neue klare 280 die war best der beräufe war besser ok meisterschaften so die axt kommen jetzt können wir uns hier etwas verbessern wir können kredite trefferschanze verketten treffern kundige verkettung von mehr zwei angriffen zweimal kraftstapel zehnmal 60% kraft bei den ersten angriff alle fünf sekunden oh das ist auch nicht schlecht ja mach mal das immer mal das okay und die boltpistole immer noch ein punkt mehr können wir nicht verteilen fortpistole sag mal her ok waffenstreuung kannst mit dieser waffen zur hüfte von sechs plus dann schaden vier schüsse aus kurzen tanzmann sprinten reduziert sprint schüsse oh ok machen wir ein bisschen schaden haben wir auch fähigkeiten hier ziehen wir das hoch das können wir später auch bei den waffen reinziehen sehr cool gut dann gehen wir gleich ein bisschen weiter ja kraft 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 k k k k k k k dann machen wir uns mini event mhm mhm hat hier nur immer diese äxte was soll denn das mhm mhm ok mhm man sieht jetzt auch bei den waffen ähm die maximalfähigkeit dieses waffenmodells äh zum beispiel hier schaden 80% könnte die waffen maximal haben wir haben das 1,57 und das kann man dann auch später verbessern das ist dann natürlich auch schon mal richtig spannend ähm was waren die achts achts war die pistole wir probieren mal den revolver ich bin mal gespannt ob der was taugt und jetzt suchen wir uns das 21. mobian weil die sind verradelt worden abgeschwächter raus und belüftungsläuterung ähm passierte ne das ist zu stark hier ein kruppelst einnuss was in mullbahn ist der feule zum opfer gefahren mit ihrer panzerung sind sie härter im leben als die horde mit denen ihr sonst euch herumplagt na denn das gucken wir uns auch mal an das ist ein mini event oh das ist ein kruppel naja es darf schon wieder ok dann gucken wir uns mal den revolver gleich an metal fat 36 infizierte das 21. moment da bin ich auch mal gespannt wie das sich jetzt ausspielt system records indicate that the primary smelter at manufaktorum HL 1736 has been taken offline mhm metaphysical corruption is suspected diagnose and eliminate the investigation the omnesiah calls you to this duty do not make the mistake of turning a death gear natürlich alles wird in omnesiah imperator ja den fetten bolter ok ok hüftfeuern aus dem revolver kechern ja Ja. Okay, Revolvert? Da sind sie schon. Bang! Ammo! Ammo! Nach lan, nach lan! Ach, Dothacken, komm! Okay. Ich habe so oft nach lan mit einem Revolver. Das ist doof. Ich habe so oft nach lan, nach lan! Ich habe so oft nach lan! Ich habe so oft nach lan! Ah, tot gehackt! Hehehehe! Er hat mich dafür fast totgeschlagen. Das ist das 21. Ihhh! Okay. Ah, ich bin Revolver nicht so überzeugt. Ich muss ständig nachladen, das ist nicht mein Ding. Probieren kann man es ja mal. Jetzt würde ich jetzt aufô! Albeden! Wie sonst stehen wir? Jetzt Krieger, wo, 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 Bomber Mutant auch noch Und Sniper Und Sniper Und Sniper Okay Ah, Kopfschuss So, passt Ist ja mal Heilung, das brauche ich Danke Ketzer So So Oh, danke Oh Oh Aua 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 Oh, ja da ein Schlag Aua 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 Ich komm, ich komm, ich komm. Wo ist der Hund? Da ist er. Gut geschossen. Das war ja schon fast nett. Der Revolver ist nice, aber ist nicht so ganz mein Ding. Ah, die Axt. Das ist eine schöne. Und der Revolver? Die ist, glaube ich, auch ein schöner. All of her Master's Battle Tanks are sacred. Why single out these few? Atoment War is harder, better, good, cooler. Am I saying that right? Guter Ra? So, wir haben ihn tot geschossen. Das war's. Hier kommt normalerweise immer ein Bossmonster, diesmal nicht. Okay. Ich höre Stimmen, hier ist ein Besessener. Da, Pokons wird gehackt. So, wo ist der Besessen? Okay, Chaosbrot. Okay, Chaosbrot. Aua, Aua. Danke. Ja. Na, hab ich dich. Ja, wir sind nicht real, Wachtos gar nicht lieber besessen hast. Das ist ein Neuford. Das ist ein Neuford. Ah, da kam so viele. Ha, der Arm war ab. Ja, sie füllen doch schon ein bisschen was ab. Ja, man war nicht, wollte er mir rein ran. In Feuer! Brennt ihr Ketzer! Brennt! Das ist ein Neuford. Das ist ein Neuford. Ja, das heißt, wir sind auch ein Neuford. So, Hund ist auch weg. So. Da kommen aber viele auch mit. Das passt auf. Ja. 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 Na. Und da sind wir uns einig. Er hat geschlossen sehr schön Aham, komm ja ja viele ein truppe ein trupp haben sie gesagt solchen offen oder sowas kurz ausdeckung was da äh, hartgeschlag weiter, weiter schmeißen uns aber auch Viecher entgegen das netter komplex war fast da so machen wir noch mal sie haben wo das ist dass er im kampf ja eindeutig jetzt wird es spannend wohin hin und her so viele oder muttern auch noch alter falter das game ist aber flott flämer 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 zusammenbleiben zusammenbleiben da drüben ist Zen auf zu Zen ja Das war's für heute. So, wo ist er? Der Prima ist er. Komm, werken alle, werken alle! Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Komm, komm, komm. 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 Das darf. Okay. Wir schalten es ein. Kommen sie. Schauen wir mal, ob sie kommen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Und er ist ab, er ist in der Mitte. Komm, komm, wir schalten es ein. Ja, ich bin ein. Wow okay das gehen wir drauf scheiße diese macht was macht er denn da oben der das war's auf letzten meter auf dem letzten meter haben wir es nicht geschafft schade was entspannt nein die achse haben wir da war richtig punkte gemacht 1000 erfahrungspunkte das hat sich gelohnt gut kritische treffer kettentreffer machen wir einen revolver ja den verschachern wir gleich wo ist er nehmen wir irgendwas revolver ist nicht mein ding dritter im fernkampf können wir sammeln okay gut wir begannen schadthane das war doch mal ein spannender einblick in die neuen maps und wir werden uns bestimmt mal wiedersehen